Ja, was? Wir sind in Hoffnungsräufen angebrochen, das 27. Rennen des Tages, der erste Hoffnungslauf auf Bahn 1, zur Zeit Crazy Frog, Bahn 2, Water Dragon, Satz Bahn 3, Steepadler-Bahn-Tier, The Gag-Story. Und es führt ganz klar auf der Bahn 3 das Team in den Anlauf. Musik Musik Glockenläuten So, wir rufen auf den dritten Hoffnungslauf, das ist 7 und 8, Bahn 1, das ist unbesetzt, Bahn 2, Dragon Hunters, Bahn 3, das T-Corpel Racing Team, Bahn 4, Harmer, O-Racer und Bahn 1, das T-Corpel. Das T-Corpel, 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 das T-Corpel Musik 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 ... aus der Merle! Kuckaus! Kuckaus! Wo ist das? Das ist mir noch nie passiert. Und warum? Der Großwesen. Ich bin nicht trocken, Jungs. Wann mal klar! Wir haben es aber noch! EIN, ZEIN, 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 ZEIN! So, und zwar, es führt, auf Bahn 3, komischweise, auf Bahn 3, die Städtchen, die Städtchen-Schule, Team 4, gefolgt von den Pro-Ridern, auf Bahn 5, ganz abgeschlagen, Freestyler, Bahn 1, das ist immer noch das Boot, und zwar, bei Heulnig, Hannes, war ein sehr starkes Boot, vielleicht wollten wir ja unter, aber auf dem Wasser sind wir, das war der zweite, das war noch ein, das ist 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 ein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.